Was geht's? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft... Ja, soweit wir games. Kannst du die andere Ansage jedes Mal, du weißt das eigentlich? Ja, weil ich das zweimal machen muss, weil ihr zu doof seid. Was kann ich denn das? Herzlich willkommen, mein Ding, und dann geht's wieder von Bonus. Ja, also wir spielen Minigames, das spielt Snake, hier ist man auf einem Schaf und muss rumkriechen und dieses Schäfchen wird immer länger und man darf nicht in andere Schäfchen rein... Ja, das hätte ich mal wissen müssen. Ich bin sofort da reingerannt. David, geht's auf dem Snake oder nicht? Ich hab voll den Weg, Alter. Hallo? Die Musik ist lustig. Hör du mich? Ja, du bist weg. Das hab ich gemerkt. Aber ey, du bist weg. Aber ey, du bist weg. Ja, das hab ich gemerkt. Aber ey, du bist weg. Bist du halt aus dem Spiel raus? Nee, aber nichts bewegt sich bei mir. Ha. Oh, jetzt kann ich wieder laufen. Ach, jetzt bin ich tot. Welche Überraschung. Mann, ich bin lange tot. Hey, ihr seid ja alle tot. Mhm. Ja, wir sind halt toll. Aber ich guck... Wir sind recht. Wir bleiben drin, das ist aber schon gleich vorbei. Hoffe ich. Obwohl eigentlich nicht. Einmal hab ich gewonnen, weil's ich alleine gespielt hab. Ach, sch... Ich hab dieses Spiel nicht so gut spielen, wegen meiner Inzidenzleitung ist voll Kacke. Kui, krass lang das ist, Alter. Eigentlich will ich erst die ganze Zeit nur im Kreis laufen. Das hängst bei mir, ja. Das müsste ich eigentlich nicht tun. Kann durch sich selbst laufen? Offenbar. Ja, klar, sonst... Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Find ich das raus. Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, du hast so'n Kid oder sowas. Gut. Also, ne zwei. Eine Runde geht noch. Jetzt bin ich vorbereitet. Ich wusste das nämlich nicht, äh... Ja, David, das ist wie Snake beim alten Nokia eigentlich. Jaja, das hab ich aber nicht gewusst. Und da steht, dass du die Schlange bist. Das ist wie bei Harry Potter. Ich war die Schlange. Du warst die Schlange, hm? Aha. Du kennst doch wohl Harry Potter die Szene oder das Harry Potter... Fünf? Ich hab den Film nie geguckt. Ja, vor allem den Film. Den einen. Ich glaub, der Bernd ist jetzt weg. Wie? Das ist das Ende von Gewürzkopf-LP. Ich danke für's dabei sein. Ich danke für's dabei sein. Danke für's, äh... Waren der Treue. Kann man denn kein Harry Potter geguckt haben? Auch kein Harry Potter geguckt. Ja, das auch geht, ja. Wir reden auch fucking Harry Potter. Oh, bei mir hängt's. Ja, das hängt immer am liebsten, glaub ich. Ich hab ihn getötet, Alter. Ich bin tot. Ja, bei mir hängt's die ganze Zeit. Ich hab voll die... ...Internetprobleme. Ja, das ist... Das ist bei mir auch. Das ist einfach wegen den... Das ist einfach eine Überforderung hier. Ach, wegen den ganzen Schafe? Ja, ich glaub wohl. Oh, ich hab einen kill... Ich hab noch einen gekillt. Ich hab noch einen gekillt. Woohoohoo! Der Magic, guck mal. Da passiert wieder gar nix. Alter. Das ist so abhängig. David denn? Hä, was? Du bist braun. Bist du, ne? David ist kackbraun. Ja, ich bin kackbraun. Oh, ich hab noch einen gekillt. Alter, David könnte gewinnen. Oder David isst seinen eigenen Schwanz auf, oder was? Nein! Nein! Oh fuck! Das hab ich nicht gesehen. Müssen wir noch eine Runde machen? Ja, eine Runde müssen wir auf jeden Fall noch. Ahhhh. Ey, ich find den Modus richtig cool. Da kann man zwei Minuten aufmachen. Können wir dich verarschen? Und wir hatten schon einen... Running Gag. Ich find den Modus richtig cool. Ich hab 17 Melonen gefunden! Egal. Ja, gut. Ich find sowas nie. Ey, Franz und ich haben letztens herausgefunden, wie man das benutzt. Wie denn? Ja, jetzt hier nicht. Aber außerhalb der Card, also in der Lobby. In der Hauptlobby. Warum jagen hier immer irgendwelche Leute was in die Luft? Ich bin der Snake-Profi. Oh, ich bin lila. Alter, das ist ein Schachbrett. Das ist ein Schachbrett. Das ist ein Schachbrett. David, ich bin genau neben dir. Wie cool. Boah, es ist so am Ruckeln. Es liegt aber nicht an meinem Spiel. Ne, das ist... Hätte ich was getötet, oder? Oh, ich kann mich dann weit hoch. Oh, es hängt? Es hängt? Ja, mir auch. Na gut. Es hängt? Ey, ist doch voll kacke. Ist das bei dir auch? Ja, es hängt. Ah, jetzt bin ich tot. Ja, das ist eben die Scheiße bei dem ganzen Topmodus. Sorry. Auf jeden Fall nützlich. Franzi ist einfach nur weg. Ja, gut, bei mir geht's nicht weiter. Die Idee find ich ja richtig gut, aber ich find... Ja, ich bin tot. So einfach... Ui! Ich find die Map geil. Das ist immer ein geiles Schachbrett. Also ich find... Ich find die Modus... Also... Es macht Spaß. Keine Figuren. Ich war ja sonst... Ich war ja sonst... Ich war ja sonst immer irgendwie voll so... Demotiviert, so die Minigames zu machen. Weil ich halt die meisten Spieler recht blöd fand. Aber der Modus ist cool. David, du bist immer demotiviert. Nein, bin ich nicht. Das ist ein Ding. Ich find cool, dass die Schafe da hinten bei dem verschwinden. Ja. Ah, jetzt sind sie wieder da. Ah, das ist so am ruckeln, ey. Ja, das ist ein Springer. Springerl. Ja. Ja. Ja, ich schaff's. Ja. So, noch eine Runde. äh als wenn das so einfach wäre ja bei mir zu weiter anrufen und fragen was die Scheiße soll ja das hab ich zum Beispiel auch schon mitgebracht, das ist echt nichts besseres ist doch kacke immer wenn ich meine Zeit hätte, weil ich frei habe, ist es am Arsch ne wir verstehen, ich verstehe immer wenn sie Zeit hätte, weil sie Freiheit ist, ist es am Arsch das ist geplant komm, ich bin hier die ganze Zeit, aaaah das ist TNT, das kann man auch finden kann man sogar hier aktivieren, vergrönt das finde ich richtig scheiße mit dem Lag hier gibt es 3 Milliarden Maps, wa? ja, fuck ja, ich bin sofort reingerast in den Gegner, super und lag so laggy sieht so lustig aus, die ganzen Schlagen ja, die Idee finde ich halt echt so gut aber ich finde einfach die ganzen ich meine gut, das würde ohne Legs nicht gehen natürlich, wir haben vernünftigen Server zusammengestellt ja, aber es liegt ja nicht, wir wollen ja das Spiel bewerten durch den Server ja, ja, klar das ist einfach scheiße, aber das Spiel ist cool alter, wie krass oh, ich werde immer in die Mitte passiert, weil es laggt ja, ich auch so, aber das reicht jetzt, oder? ich meine, die haben die Zuschauer noch bestimmt gesehen, wie der Modus hier ist, oder? die haben vielleicht gerade mal 5 Minuten aufgenommen, oder? ja, was willst du denn bei dem Modus noch großartig anders machen, Alter? egal, das ist einfach weiterspielen, macht Spaß äh, du rennst 2 Sekunden, stirbst dann und dann wartest du 3 Minuten mir macht das richtig Spaß äh ich bin ja eher so kontrainduziert komm, eine Runde geht noch, eine Runde äh ich hab 4000 was sagt Franzi denn? äh, ich glaube Franzi ist gar nicht mehr anwesend doch, ich glaub wohl ich hab gerade ihr klicken gehört ja klar, aber irgendwie kommt bei uns nicht an außer ihr klicken und Tastaturen schreiben boah, könnt ihr mal mit aufhören? das ist doch nervig, ey ah, ist doch kacke und was macht ihr am ersten Mal? ähm, zu Hause chillen vielleicht ein Bierchen kaufen und ein und hier ganz alleine feiern ganz alleine und einsam oh man ein armer David ja, ist ja niemand da so, da sind wir wieder was ein Scheiß, Leck, Gedöns nehmen wir überhaupt noch auf ja, wir nehmen noch auf okay, also hey, ich bin der Dritter geworden, Alter, aber geil man, der Modus will so schmaß ich sag, wir machen jetzt einfach äh ja, wir machen jetzt einfach die Wertesrunde, oder? ja, wir machen jetzt einfach die Wertesrunde, oder? ja, machen wir und ich würde noch eine Runde bringen okay, gleich ich würde gerne noch eine Runde spielen aber es ist mir einfach zu laggy okay, bis gleich so, liebe Wertung wie sieht's aus, Freunde? ähm, ja, ich hab eigentlich alle schon gesagt, was ich sagen wollte ich find den Modus richtig cool er macht mir Spaß das Laggen ist vernervig wenn das behoben werden könnte, wär der Modus richtig genial ich würd den, glaub ich, ständig nonstop zocken aber ich find den einfach gut Bernd? ja, ich glaub irgendwie wow also ich hab ja auch grad Lags vielleicht deshalb alles kaputt auch auf dem Server ne, ich glaub nicht weil ich hab den schon mal gespielt und da war überhaupt nix mit Lags ja, ich vielleicht hat der Server einfach Probleme äh ansonsten find ich das Spiel cool weil ich bin ständig sofort tot gewesen, weil ich nur am Laggen war okay, Bernd? ja, sicher halt eigentlich genauso, ne? das Spiel ist ganz cool, aber irgendwie so, ne äh ja, mit Lags ist das halt recht kacke, aber ich find den einfach cool das ist der erste Modus bei unseren äh, bei den Minigames der mir richtig gut gefallen hat könntest du mal aufhören mich mit TNT zu bewerfen? hallo tschüssi 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 spiel mir jetzt mal drei Stunden herum, oder wat? tschüssi tschüssi 48 ihm 1 3 tschüssi der ja, dann vielen Dank fürs Zusehen Hauer hat euch gefallen Ich muss dann selber spielen Ja genau und Bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss